Oh, hat er mich erwischt? Ja, als allererstes erstmal sorry, dass so ein Scheiß-Video heute jetzt kommt. Normalerweise sollte ja jetzt wieder so ein Minecraft-Video kommen, aber... Naja, ich hatte gestern ein paar wichtige YouTube-Projekte, an denen ich arbeiten musste und da habe ich einfach keine Zeit gefunden, dann ein Video aufzunehmen. Und ja, auf jeden Fall habe ich als Entschädigung... ...habe ich heute mal wieder nach zwei Monaten... ...wirklich, nach zwei Monaten mache ich heute mal wieder einen Livestream. Ähm, und wir werden einen Hit-That-Stunt wieder machen, für alle Leute, die das nicht kennen, weil es jetzt auch schon echt lange nicht mehr kam. Ich stunte in GTA, also Grand Theft Auto, und das kann man sich auch wirklich geben. Also, es ist nicht langweilig, der Stream ist auch eigentlich sogar relativ gut. Also, ich hoffe, ich kann das noch, aber ich kann das bestimmt noch. Also, da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, der Stream wird super nebelnice. Ähm, auch diese ganzen Insider, so nebelnice und dieser ganze Shit, das ist ja auch alles in dem Stream entstanden. Also, auf jeden Fall, das dürft ihr nicht verpassen. Und ich werde auch wieder aktiver streamen. Es haben sich, boah, es haben sich so viele Leute gewünscht. Ich weiß, irgendwie, ich habe mindestens bestimmt 2000 Kommentare bekommen auf YouTube und Twitter, dass ich wieder streamen soll. Und ich werde es wieder machen. Ja. Auf jeden Fall, ähm, ich hoffe, es ist nicht zu schlimm. Ich lade jetzt auch extra das Video ein bisschen später hoch, weil ich die ganzen Leute, die um 16 Uhr in der Abo-Box gecampt haben und die ganze Zeit meine Channel-Seite refreshed haben, dass sie dann nicht enttäuscht sind, jetzt so ein Scheiß-Video zu sehen, wo ich nur einen Stream ankündige und mich entschuldige. Also, ja, also meine Videos kommen immer um 16 Uhr eigentlich normal, also halt eben außer heute. Und ich habe auch diesen tollen Eintagesrhythmus, habe ich eigentlich immer geschafft. Aber, aber ja, ich, äh, bin einfach ein Vollidiot. Also, schaut auf jeden Fall vorbei, twitch.tv slash nebelnik. Da könnt ihr den Stream schauen. Äh, und ja, ich freue mich auf, freue mich auf euch. Boah, ist das Licht überhaupt gut? Naja, ist bestimmt, ja, ist mega scheiße, aber ich fand die Lampe ganz cool. Naja, auf jeden Fall, bis dann, bleibt chillig. Tschüss. Hm, hm.